Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles zusammen mit dem Now Gaming. Ja, ja, war klar. Jetzt sagt der nichts mehr zu sagen, Alter. Und sagt nichts so. Der hat schon gedacht, scheiße. Bin ich hier alleine. Ich warte hier auf den Bus. Ich warte, dass mich jemand abholt. Wir haben auch den Tim heute dabei, also den Iron. Der Iron ist heute dabei. Der ist praktisch unser Bus, der uns abholt. Ich habe fast etwas anderes gesagt, anstatt Bus. Kann aber nicht so viel jetzt wagen. Und Puckpack geht schon. Ich habe jetzt hier mal kurz das Tool gemacht. Links, rechts, einer auf der Schulter und dann ist gut. Ich habe jetzt übrigens auch einen weiblichen Charakter gemacht. Und wir wollen ja jetzt Richtung Start holen. Da holt er uns jetzt ab und dann suchen wir so einen Bauplatz und fangen hier mal an. Das ist übrigens ein... Alter, laber doch mal aus. Ja, hast du die Statue da angeklickt? Ja, hab ich. Aus Versehen. Beabsichtigt. So, und wir haben eben übrigens ist das jetzt hier auf diesem Server, den wir spielen, ohne Legs, ohne alles drum und dran. Das ist übrigens ein Community Server, den uns der Matze freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Wir können ja später dann mal im Laufe des Let's Plays erklären, wie ihr auf unseren Community Server kommt. Ja, und wir können ja in die Beschreibung noch reinpacken, die ganzen Stats, also ne, Gathering, XP und alles mögliche, die Einstellungen. Können wir da reinhauen. Ich glaube, bist du vielleicht da, ich werd grad von Ollum verfolgt. Der Bruder von Ollum, ne? Ist der beschellt? Ollum, der Bruder von Ollum. Warte mal, was ist denn die Stats? Warte mal rein. Da sind die Stats. Ich brauche mal, ich kann nicht mehr schon eine Hacke wenigstens bauen oder so. Ich hab' übrigens Jog genommen. Ich weiß nicht, ich glaub' denn, was war es mit dem Patch? Der Jog, der war verpatcht, ne? Hat man umgepatcht. Ja, den Jog, die verändert. Genau, das Parified Meat gibt kein Leben mehr. Und es ging halt darum, warum wir zu drei Folgen aufgenommen haben und nicht wirklich was gezeigt haben vom Spiel. Ich weiß nicht, die Leute, die Arc gespielt haben, die müssten das noch wissen. Arc war am Anfang total scheiße. Die Server-Performance war für'n Arsch. Es hat geleckt wie Sau. Bugs ohne Ende. Und hier in dem Spiel war das jetzt nicht anders. Legs ohne Ende, Bugs. Vor allen Dingen diesen Bug hier, weißt du noch? Mit diesem Verdoppeln der Items und dann war gar nichts mehr da und sowas. Das war schlimm. Und so diverse... Es waren auf jeden Fall so viele Bugs da drin, dass das Spiel eigentlich wirklich kaum spielbar war. Oh, ich hab' ja auch Ulum. Oh, ich hab' zwei Ulums. Oh, schlecht. Und jetzt auch auf diesem Server, ne? Da läuft das und wir hatten oftmals Probleme auch mit den Speicherungen gehabt und mit den Admin, dass der das nicht hinbekommen hat. Oh. Ja, am schlimmsten, wie gesagt, fand ich das mit diesen 10 Stunden. Und wir waren auf einem Server, haben da gespielt. Auf einmal wurde der Server um 10 Stunden zurückgesetzt und wir waren gar nicht da. Also uns gab es praktisch gar nicht. Und mal ganz viele, ganz viele Zwirn herstellen, braucht man immer, ne? Für Betten, für später für die Ziegel und so. Alles schon. Und deswegen, das Schlimme war halt wirklich an der Sache... Ich hab' immer noch Ollo Mama. Das Schlimme war halt, weil ich an der Sache, dass die Performance von dem Spiel am Anfang die Blankkatastrophe war. Deswegen kam's halt nur zu diesen drei Folgen. Und dann später, also jetzt, wo das Spiel, wo die ersten Kinderkrankheiten die Bugs und sowas alles ein bisschen berühren... Ja, es wird langsam. Es wird langsam. Haben wir gedacht, jetzt, an der Stelle, können wir einen Zusammenhang hängendes Let's Play machen, wo wir auch mal wirklich was zeigen, wie Base-Building. Jetzt bauen wir auch, also wir farmen, wir bauen, wir machen alles. Genau, wir versklaven, Sklaven. Töten. Äh, und so weiter und so fort. Das Lustige ist ja, wenn das stimmt, dass man später wirklich sich noch einen Sklaven befreien kann und den dann als Partner sozusagen im Spiel hat... Sehr lustig, ne? Äh, da müsste ich mir ja einen Mann aussuchen. Das ist echt lustig. Oder geht das auch mit Frauen? Weiß ich auch nicht. Du kannst auch gegnerische Spiel einfangen. Und die Opfern oder... Kastrieren. Also ich bin jetzt an den Starten. Kastrieren, ja, ich bin auch jetzt fast da. Aber es, äh, da gibt's auch seit dem Patch neue NPCs, ne? Echt? So ein neuer Clan von den Onkels, die hier rumlaufen, irgendwie so Desert Dogs. Hm, lecker, ich hab Eiweiß gefunden. Kann sein, ne? Die haben so, so Sked-Helme auf und so Virus drauf. Hm. Ich hab den nicht gefunden. So, ich bin jetzt bei, bei welcher Statue, äh, seid ihr? Ich bin in der Mitte. Also ich bin auf der Seite, wo auch gespawnt. Okay, das heißt, auf anderen, weil ich bin auf der anderen Seite. Wo ist es darüber? Da steht einer. Oh mein Gott. Das du fällst Torbahn auf dem Kopf. Günter, bist du das? Günter, hallo Günter, bist du? Günter, hallo Günter, bist du? Günter, hallo Günter, bist du? Das sind meine Haare. Das sind meine Haare. Das ist kein Turban. Das sind meine Haare. Das sind meine Haare. Da kommt Koko, warte. Guck mal, du musst jetzt am Bauch kraulen. Komm, kraul dir am Bauch. Komm, kraul dir am Bauch. Ihr sollt den nicht schlagen. Ihr sollt den Kraulen am Bauch. Nur mal stehen bleiben. Oh, oh. Nicht mit der Axt kraulen. Achso, ja, die Verrückten, ja. So seht ihr aus. Oh, 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 oh. Es wird dunkel. Ja, und jetzt. Komm, da hinten ist ein Lagerfeuer. Lass uns da mal hinstellen. Hoffentlich sind da jetzt keine. Da ist kein Trudeln gelachter. Ich bin hier. Ich stoge mal hier zurück. Ja, gut. Okay, hier ist keiner mehr. Da können wir uns immer ganz kurz niederlassen. Die Schwerten nennen wir mal das. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich muss auch was lernen. Hör auf, ey. Und zwar muss ich lernen. Ich hab die Pickachs hab ich schon gelernt. Ich muss das lernen. Ich muss... Was ist jetzt sinnvoller? Erstmal das Lagerfeuer, ne? Würde ich sagen. Also persönlich für mich. Das habe ich sowieso auch schon gelernt, weil ich da dann diese Wasserwelt machen kann. Ich schaue mir dazu. Irgendwas ist hier. Krokodul. Krokodul. Wir haben übrigens absichtlich... Absichtlich die Avatare ausgestellt. Absichtlich die Avatare ausgestellt. Weil die ein einzig und allein haben die Ingenieurswecke hauen. Boah. 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 Ne. 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 Das hat er vorher nicht gemacht. Also alter Hackfresser. Ich bin fast tot. Was denn? Ohne Kürbis. Ach, ich hab doch ein Schwert jetzt. Koko? Nein, jetzt ist er ein Typ gefragt. Scheißen. Ich hab das Koko gekillt. Ah, Koko. Toll. Ich hab das Koko gekillt. Toll. Ich hab das Koko gekillt. Da ist ein Typ. Spitz. Ja egal. Hab ihn gleich. Du musst auch passen lassen. Mein Wassersack nicht mehr voll machen. Also du kannst seinen Sack nicht mehr voll machen. Ah, mein Wassersack geht nicht mehr voll. So, jetzt legt sich das Koko auch auf die Seite. Ist das eine neue Animation? Oder was wollen die jetzt? Ich glaub, die haben noch mehr geändert, ey. Ähm. So, was wollte ich sagen? Achso, ja genau. Äh. Avatare sind aushalt, weil wir die, die, äh. Also ne, die, die haben praktisch echt, die, die haben keine Gegenwehr. Ja. Es gibt keinerlei Verteidigung gegen einen Avatar. Offline. Wenn du offline bist und einer mit einem Avatar kommt, ist deine Base weg. Selbst wenn du online bist. Da kann's von ausgehen. Egal wie viele Bogenschützen du draufstehen hast oder sonst was, die ist weg. Deswegen haben wir die jetzt erstmal ausgestellt. Wenn die, wenn die jetzt gefixt worden sind, dann also, dass die das mal ein bisschen angepasst haben, dann können wir die wieder anmachen. Ja, oder, äh. Vorerst. Der No ist ja gerade an einem Mod dran gewesen, dass er, dass er die, 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 die Avatare praktisch ein bisschen schwächer heranzüchtet, dass man praktisch nicht so ein OP. Mitra hatte ich schon fertig gehabt, denk. So ein OP Avatar hat, aber die Frage ist immer noch. Und wie willst die Jankill? Was passiert? Die machen weniger Schaden. Die machen weniger Schaden und laufen nicht durch die Mauer durch. Du schaffst damit nicht so viel in der Zeit dann weißt, weil du musst für jede Mauer dann zuschlagen. Du kannst nicht einfach durchrennen, wie sonst. Weil beim, bei dem Mieter ist das ja so, du rennst einfach durch die Strukturen durch. Du weißt. Du musst ja nicht hochschwebst. Du schwebst einfach rüber. Ja, und der macht mit seinem Gift bei unten da ohne zu schlagen einfach auch einfach Damage. Das ist irgendwie ein bisschen so. Mich würde nur interessieren, wie läuft das dann? Ist es dann so, dass man die Avatar wieder einstellt? Ja, doch. Ich müsste... Ne, ich habe nur dicke Haut. Sag mal, wie... Mich würde halt dann nur interessieren, wie das läuft. Müsste man die Avatare dann wieder anstellen? Oder kann man die dann auslassen? Oder werden die einfach übernommen? Oder hast du dann beide Avatar? Das wäre nämlich das Problem an der Sache. Ich denke, wenn die originale wird überspielt. Weil das wäre nicht schlecht. Dann könnte man die rein juridisch wieder anstellen, hätte dann die... Ich bräuchte noch Tierhaut irgendwoher. Ah, das sind Bilder. Was ist das denn für das Sklave? Ja, ein paar Mods gibt es ja schon. Auf jeden Fall haben wir sehr viele Mods gemacht für Rinder. Hey, warum hat er so viel Leben wascht da los mit sich? Keine Ahnung. Der hat seinen Kopf verloren. Da rollt der Kopf. Alter, ist das nicht ein bisschen guter? Ich sehe auch ein bisschen blutig aus. Ich glaube, ich muss nur noch waschen gehen. Die geben da auch meistens immer heizen. Geht das mit den waschen nicht? Ja. Aber das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Die haben das? Fische, die ist das mit den Leuten? Wie lange sind die ganz hinterher 18 aber ich kann noch mal spüren du bist eine stufe auf die salzern wenn haben die kommen lassen wieder hinten gehen noch mal die palisaden wenn du konntest du vorher mit mit dem dingens durchballern mit dem bogen hast du einen schuss aufgegeben aber das ding weg aber die machen jetzt aber mehr schaden an personen ja wenn du da trotzdem noch mit dem bogen rufschießen kannst das weiß ich nicht aber hab ich probiert dann kannst du einen bogen schieße mit einem pfeil da drauf und dann war's was was wär's fett fettrauben gesnackt drei stück habe ich auch einfach die spagetti reingezogen die dinger würde ich ja wenn eh nur nutzen vor die mauer setzen dass man nicht unter die bedwalks kommt dass die bogen schützen eigentlich wir gehen in den osten oder was wir gehen in den osten die kollegen der rest vom clan hat er praktisch im westen gebaut und wir bauen zusammen in den osten eine eigene base wir machen das getrennt praktisch weil die wollen offline beziehungsweise außerhalb der 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 aufnahme spielen die halt und wir spielen dann immer zur aufnahme und damit wir so noch ein bisschen spielen können haben wir praktisch dann zwei basen wollen doch nicht so weit wegen den Aufnahmen und so weiter und vor allem mit zwei Heizung ich hab drei da haben kopiert ich hab den Sacken geschnitten ich hab den Sacken geschnitten Kloppen Florian abel wieder der Lapplichen und die Fallen mit zu alle auf die Seite wenn man so oder andere Mann Rüstungsmacher gemacht das Macher gemacht einer wie die Suppe daraus springt und fliegt den Stein in der Luft fliegt der bei der auch in der Luft erahnt das Bekann dahinter auch wenn er auch und da auch mal ist der unsichtbare fliegende Stahl im Glück doch ich habe ich habe die fliegenden Stein aufgehoben bin ich jetzt cool so die Mann im Hose an und sie ist dann nicht so gut nicht nicht wohl nicht 2 2 aber ich bau sollte ich bin Schild bauen ich weiß nicht ob die bringen nicht viel oder die anfangs Schilder ich will mal ganz kurz hier leveln und dann will ich mal ganz kurz wegen sich habe ich gerade auch noch mal Strukturen lernen und einen Bogen auf jeden Fall den brauche ich meinen Bogen ohne meinen Bogen geht nichts dafür baue ich Heiz oh ich brauche ich langsam mal was zu essen ich glaube ich muss erstmal ein Lagerfeuer bauen ich habe mit der Axt der Heiz oder also ja auch ja weiß ich keine Ahnung ich habe das gerade mit der Pekanis abgebaut und hab da zu viel gekügt das Lundlern was ist der grunde in der Spiel du brauchst Stoker für die Böller sagen wenn da und wie gesagt ich werde mit der Wende damit Bogen drauf schießt und ein Pfeil das sind dem schneller weg als gucken kannst er dafür müssen die bs man meine 35 buchschützen vorbei und kannst du die höhe die die mensch des bogen wurde doch verändert ja der geschweige leider angeblich viel weiter verkaufen über euch sind dann mehr ich kann nicht mehr tragen mit dem schon nichts anfangen abholen bevor du mich getroffen hast ja auch ein neuer wo ich dich getroffen stehst du auch nicht vor mir wenn die jetzt noch weiter schießen glaube ich nicht die haben jetzt über ihn steht ich will das jetzt gleich testen ich habe erst mal irgendwo hin wo wir bauen nicht erwartet auch mal ich bin zu schwer also ich brauche was zu essen was essen sollte erstmal lagerfeuer bauen nix da nix da lager auf europäisch oben bauen ich habe nur noch ich habe unter ein viertel unter ein viertel ding ins unter ein viertel essen da alle drei Ah, jetzt die Waffe kaputt, Alter. Ah, ich hab ja auch gerade eine. Da reg' ich jetzt hier noch? Ich würde sagen, baut euch lieber einen Schlafsack. Einen Schlafsack, der wird nicht reichen. Kann ich nicht. Fehlt Fiber. Also so Fiber sei schon Fasern. Und das Zeug womit von denen noch? Ja, viel Spaß. Mach mir jetzt ein Lagerfeuer, ist mir egal. Wow, ist da noch eine? Nein, ich bin zu schwer. Oh, direkt an der Grünwand Stöcker sammeln, nicht reinlaufen. Geh, fliege in die Grüne Wand. Auf der anderen Seite würde ich ein warmes Licht erwarten. Ja, da komm ich wirklich ins Licht, du bist tot. Tote. Aber ich verstehe nicht, warum hinter der Mauer noch Mops rumlaufen. Lagerfeuer, das ist schon gemacht, oder? Oh ne, jetzt kommt der Michael auch noch. Ich hoffe, der sprengt jetzt nicht die Aufnahme, bitte nicht. Hast du einen Lagerfeuer gemacht? Ja, ich hab eins gemacht. Nein, ich hab Angst. Was hat man muss man machen? Ungültiger Bauplatz, ich kann hier nicht bauen. Hier kann ich bauen. Überlagung mit anderen Objekten in diesem Gelände. Ja, ganz kurz Standbild bei mir jetzt. Ich hab ein Problem, ich kann die scheiß Lagerfeuer nicht. Platzierer steht da überall Überlappung mit anderen Objekten. Was für Überlappung mit Rechenobjekten? Ah, hier kann es passieren, hier ist. Hier ist gut. Gründer schon, hier geht's. Ich bin... Hallo, wo bist du? Hier unten nirgendwo. Ich bin immer noch da unten irgendwo. Ich muss erst mal was zu essen machen. Na, ich trinke mal mein Wasserbeutel voll. Du weißt gar nicht, wo du bist. Ich bin hier gegenüber unten von so nem komischen Afghanen-Dorf. Also, von Afghanen-Dorf, das sagen die, ne? Also von so nem Dörfchen halt. Von so nem Indianer-Dorf, genau so hieß das. Hm. Ah! Schauen wir da. Guck mal. Ist ein Berg weiter hoch. Ne, ich kann den Wasserbeutel nicht füllen. Warum? Wo ist mein Lagerfeuer? Schnell! Schnell! Greif doch zu! Verbarg! Irgendwie ist das verpackt. Boah, Gott sei Dank. Ein paar Halverkund so was ist. Wie hat nicht funktioniert. Mein Wasserbeutel nicht voll. Das ist Sauerei. Ein Skandal regelrecht. Muss man mal Pfeile machen. Bist du hochgelaufen? Ja, ich bin hochgelaufen. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, ich bin kurz zum Wasser. Ja, ich hab hier hinten ein Lagerfeuer gestellt. Ich backe jetzt hier irgendwie komisch rum. Wum, backe die so rum. So. Hier habe ich ein Lagerfeuer gestellt. Da brate ich auch schon ein bisschen was zu essen drin. Hose. Was knurrt hier? Jetzt mal die Heeren wegkauen. Hier ist noch mal so ein komisches Dorf mit zu bilden, weil es wilde sind. Ach so, der Iron kann nicht reden. Der hat keine Talkbar, wollte ich nur sagen. Ach so. Oh, nicht schlecht. Oh, mein Gott. Hier kommt ein Bilder. Was bist du für einen? Bist ein Daffari-Kämpfer. Oh, ja, das war mit diesem Daffari. Umgehauen. Ich gebe dir mal ganz kurz mal den Iron-Talk-Talkbar. So, jetzt hat der Iron wieder Talkbar. Ich hab in den Chat geschrieben. Ich hab mal gedacht, ich rede mit mir selber. Uh. Okay. War nicht schlecht. Ich muss mal ganz kurz auch mal zum Wasser hüppeln. Und mir mal... Gleich wegschweiß. Oh, scheiße. Jetzt hab ich mein eigenes Schwert kaputt gemacht und hab damit noch einen Stein zu hauen. Sauerei. Ah Hyäne. Ich werde schon planen, was ich mit Glas anfangen kann. Nein. Weiß keiner. Wissen wir auch nicht. Du kannst Kristalle, kannst du zu Glas machen, aber man weiß nicht, was man mit Glas machen kann. Es ist ein Mysterium. Warum hat man ein Material ins Spiel eingebracht, was man noch gar nicht braucht? Ja, vor allem finde ich das gut, diese Tier 3 Laternen sozusagen. Die kannst du nicht craften, weil irgendwas da fehlt. Oder geht das jetzt mittlerweile weiter? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich hab's längere Zeit nicht gespielt. Das werden wir alles noch rauskriegen. Würde ich sagen, in der nächsten Folge. Noch nicht ganz, aber bald. Würde ich sagen. So, an der Stelle mach ich ja erstmal einen Cut. Weil die 20 Minuten sind um. Oh. Dann kann der Lauf gleich beim nächsten die Ansage machen. Ah, es geht noch. Es geht noch. Wie lange es gehst du noch? Ah. Ah. Fertig gespielt. So. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal bei ConanXSiles.